Hier ist das Wasser. Papa hat die Vögel weggescheucht. Hoho, Papa Wutz sieht auch aus wie eine Vogelscheuche. Peppa, Schorsch, kommt baden. Oh, aber was ist, wenn die Vögel zurückkommen? Keine Sorge, Peppa. Ich passe auf, dass die Vögel die Samen nicht futtern. Dankeschön, Papa. Viel Glück, Papa Wutz. Wir sehen uns morgen. Tschüss. Oh, das tut gut. Papa, du musst doch die Vogelscheuche sein. Was? Oh, husch, husch, freche Vögel. Genau. Bleib da bitte stehen, bis die Vögel schlafen gehen. Hoho, na gut, Peppa. Alle Vögel schlafen jetzt. Papa Wutz kann ins Haus gehen. Es ist morgen. Schorsch, komm, wir schauen nach unserem Blumengarten. Oh, Babypflanzen. Morgen. Ah, wie ich sehe, wachsen eure Pflänzchen schon. Bald werden sie große Blumen sein. Eine kleine Schnecke kommt angekrochen. Oh je, Schnecken fressen sehr gerne Pflanzen. Opa Wutz, kannst du Barbara mit in deinen Garten nehmen? Ähm, na gut, dann kümmere ich mich um Barbara. Es ist eine Woche später. Peppa, Schorsch, kommt schnell her. Da sind ja meine Blumen. Die sind so wunderschön. Und jetzt seht mal Schorsch's Blume. Das ist die Ranke einer Bohne. Und wenn man daran raufklettert, erreicht man das Schloss eines Riesen. Hohoho, nein, Peppa. Aber sie ist wirklich ziemlich groß. Guck mal, die Blume von Schorsch ist sogar größer als unser Haus. Hoho, Schorsch's Blume ist eine Sonnenblume. Gut gemacht, Schorsch. Ich liebe diesen Picknickplatz. Hier ist es still und friedlich. Da kommen Zoe, Zebra und ihr Vater. Herr Zebra, der Briefträger. Hallo, Herr Zebra. Bringen Sie unsere Post. Hoho, leider keine Zustellung. Ich habe frei heute. Nee, wir machen nämlich ein Picknick. Genau wie wir. Also, warum machen wir nicht alle zusammen ein Picknick? Au, ja. Was für ein prächtiges Picknick. Dürfen Schorsch und ich bitte schon mal aufstehen und mit Zoe spielen? Ja, Peppa. Zoe, ich habe meinen Teddy mit. Ich habe meinen Affen mit. U, 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 Faus, ja. Ich habe mein Puppengeschirr mitgebracht. Wir spielen Picknick. Oh, da sind die Enten. Sie kommen wirklich jedes Mal, wenn wir hier picknicken. Wir hätten wohl Orangensaft dabei. Und wir hätten wohl Kekse dabei. Da, echter Puppenkeks. Sehr lecker. Oh je, die Enten möchten wohl keinen echten Puppenkeks. Oh, fein. Dann können ja der Affe und Sausier und Teddy mehr bekommen. Hm, lecker. Uh, uh, uh. Affe sagt, der beste Keks der Welt. Peppa, Schorsch, wir fahren. Wiedersehen, Zoe. Wiedersehen. Alle startbereit. Ja, Papa Wutz. Machen wir uns auch auf die Socken, Zoe. Ja, Papa. Tasse, Teller, Affe, Teddy. Oh nein, du gehörst aber nicht hierhin, Teddy. Peppa hat ihren Teddy vergessen. Schon wieder. Oh, Schorsch versucht den Schatten des Balls zu fangen. Dummer, Schorsch, das ist doch nicht der Ball. Das ist bloß sein Schatten. Guck. Wenn sich der Ball bewegt, bewegt sich auch sein Schatten. Du hast auch einen Schatten. Guck, Schorsch. Schorsch versucht seinem Schatten davon zu laufen. Du kannst deinem Schatten nicht davonlaufen. Du musst rennen, um ihm loszuwerden. Peppa versucht ihrem Schatten wegzurennen. Oh, er ist ja noch da. Hallo alle zusammen. Hallo Luzi. Wir versuchen gerade, unseren Schatten davon zu laufen. Aber niemand kann doch seinem Schatten davonlaufen. Oh, dazu braucht ihr einen Roller. Hui. Luzi versucht ihrem Schatten davon zu fahren. Seht ihr? Aber dein Schatten ist immer noch da. Oh. Oh. Hallo zusammen. Da kommt der Elefant mit Emily und Edmund. Hallo. Wir versuchen gerade, unseren Schatten davon zu laufen. Man kann niemals seinem Schatten davonlaufen. Ich weiß. Wir sind einfach nicht schnell genug. Nein, Luzi. Es hat nichts damit zu tun, ob du schnell läufst oder nicht. Siehst du? Mein Schatten ist und bleibt unter mir. Renn schneller. Selbst wenn ich noch schneller renne, bleibt mein Schatten unter mir. Papa, dein Schatten ist zu riesig. Der bremst dich einfach. Du irrst dich, Emily. Dein Schatten bleibt immer bei dir. Warum? Wenn Sonnenstrahlen auf etwas drauf treffen, dann macht das einen Schatten. Seht her. Ich habe den größten Schatten, weil ich der größte von uns bin. Und Schorsch und ich haben die kleinsten Schatten, weil wir nämlich die kleinsten sind. Sehr schlau, Edmund. Ich bin eben ein Schlauberger. Nach hier. Das kriege ich wohin. Nein, Klausi. Doch nicht mit deinen Füßen. Das ist Fußball. Klausi Kleff mag Fußball. Beim Basketball titscht man den Ball mit seinen Händen. Seht mal her. Wer möchte es mal probieren? Ich, ich, ich. Luzi Locke titscht den Ball sehr vorsichtig. Gut gemacht, Luzi. Jetzt probiert es alle aus. Alle üben, den Ball titschen zu lassen. Und jetzt zeige ich euch Angreifen. Was ist Angreifen? Angreifen heißt, einem anderen Spieler den Ball abzunehmen. Schaut her. Versuch ihn mir abzunehmen, Schorsch. Schorsch ist sehr gut im Angreifen. Jetzt wirf den Ball in den Korb. Du brauchst nur noch ein kleines bisschen mehr Training, Schorsch. Machen wir ein kleines Übungsspiel. Teilt euch mal in zwei Gruppen auf. Die Mädchen gegen die Jungs. Die Mädchen bilden das eine Team, die Jungen das andere. Das ist unfair. Wir haben die beiden Kleinen in unserem Team. Das macht gar nichts. Die Jungs werden trotzdem gewinnen. Ja, wir sind das Superteam. Das ist unfair. Das ist unfair. Das ist unfair. Das ist unfair. Okay. Die Kinder bilden alle zusammen ein großes Team. Oh. Was ist das? Peppa hat Fußspuren entdeckt. Von wem sind die Fußspuren? Sausier. Oh, Schorsch. Das sind doch keine Dinosaurierspuren. Wir folgen den Fußspuren und gucken, wer sie gemacht hat. Ja. Pssst. Wir müssen sehr leise sein, damit wir niemanden erschrecken. Ja, Mama. Schorsch. Pssst. Pssst. Peppa und Schorsch folgen den Fußspuren. Guck. Ein kleiner Vogel hat die Fußspuren gemacht. Er ist auf den Baum geflogen. Wo? Hier, Peppa. Guck mal durch das Fernglas. Das Fernglas lässt alles größer aussehen. Ich sehe einen Küken. Zwei. Drei kleine Küken. Oh. Was die wohl gerne essen? Oh. Die essen ja Würmer. Das ist ja eklig. Schorsch hat noch mehr Fußspuren entdeckt. Guck. Was für winzige Fußspuren. Die Fußspuren stammen von Ameisen. Sie sammeln Blätter zum Essen. Machen Sie sich einen Salat zum Mittag? Ja. Wo wir gerade davon sprechen, wie wäre es mit Picknick? Oh, das Picknick. Papa Wutz, du hast das Picknick im Auto vergessen, oder? Äh, ja. Aber das ist kein Problem. Wir gehen zum Auto zurück und essen da. Und wo entlang geht es zum Auto? Wir gehen der Karte nach. Hier entlang. Oh. Wie kommt denn der Baum dahin? Er ist nicht auf der Karte. Oh, Papa Wutz. Wir haben uns verirrt, nicht wahr? Äh, ja. Wie finden wir denn jetzt unser Auto wieder? Schorsch hat noch mehr Fußspuren entdeckt. Oh, was für große Fußspuren. Sausia. Sehr interessant. Was? Hat Schorsch wirklich ganz echte Sausia-Spuren entdeckt? Nein. Willkommen im Entenland. Wie viele Karten, bitte? Zwei Erwachsene und zwei Kinder. Viel Spaß mit den Enten. Wo sind die Enten denn? Vielleicht machen sie auch Ferien. Kommt, wir packen das Picknick aus. Die Enten kommen doch immer vorbei, wenn wir... ...Picknick machen. Peppa und Schorsch lieben Picknick. Guckt mal, da kommen ja die Enten. Halt, Papa. Wir brauchen das Brot doch für die Enten. Na gut. Hallo, Frau Ente. Da kommen noch mehr Enten. Das sind alles ihre Brüder und Schwestern. Und da kommen noch mehr Enten angeschwommen. Und das sind die Enten Omas und Opas. Und hier kommen noch alle Tanten und Onkel. Das war's. Unser Picknick ist alle. Enten. Sag Dankeschön zu Papa Wutz. Ho, ho, ho. Sehr gern geschehen. Ich liebe Entenland. Es ist Zeit, nach Hause zu fahren. Ich frage mich, ob es nicht eine Abkürzung gibt. Fahren Sie geradeaus in den Fluss hinein. Oh, sind Sie sicher? Ja. Fahren Sie in den Fluss hinein. Aber wir können doch nicht ins Wasser fahren. Genau. Das Ding redet doch Unsinn. Drücken Sie bitte den blauen Knopf. Das Wohnmobil kann tatsächlich im Wasser fahren. Unser Wohnmobil hat sich in ein Boot verwandelt. Damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Willkommen im Vorzeug der Zukunft. Guck mal, da sind ja Opa-Klepp und Klausi-Klepp. Ahoi auch, Papa Wutz. Luisa Löffel, Zoe Zebra, Luzi Locke und Peppa spielen gern Seilchenspringen. Ich mag Sand. Ich mag Meer. Ich sag, Luzi, komm zu mir her. Ich mag Ping. Ich mag Pong. Ich sag, Zoe, du auch jetzt komm. Ich weiß was. Wir machen, wer von uns am längsten springen kann. Ich zähle. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zoe gewinnt. Hurra. Hurra, hurra. Pedro, möchtest du auch mit Seilchen springen? Nein, danke, Peppa. Ich mache Hula-Hoop. Drulla, rulla, drulla, rulla, drulla, rillerei. Hula-Hoop, hula-hoop. Eins, zwei, drei. Oh. Wie viele Runden kannst du, ohne zu stoppen? Eine Million. Und drei. Boah. Das ist oft. Los, wir zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das waren acht. Ich bin geradezu müde. Den Rest mache ich später. Kannst du Hula-Hoop, Emily? Ich habe da so meine ganz eigene Art. Emily Elefant kann Hula-Hoop mit ihrem Rüssel. Hurra. Das waren bestimmt schon einhundert. Schorsch will gerne Boxspringen. Schorsch liebt Boxspringen. Also Boxspringen für alle. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Na endlich. Sind jetzt alle soweit. Herr Käpt'n Clef, ich muss mal ganz dringend aufs Klo. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Und ich. Wo bleiben die denn so lange? Hallo, Opa Clef? Ich dachte, ihr wärt schon längst unterwegs. Ja, ja, wir sind fast da. Ich musste nur noch die Mannschaft zusammentrommeln. Ankerlichten, volle Siegel. Allein Käpt'n Clef. Die Kinder sind am Garten von Opa Wutz angekommen. Der Plan ist, den Schatz zu holen, ohne erwischt zu werden. Hipp, Hipp, Hurra, Piraten. Psst, Mama. Ich hoffe, dass keine Piraten hier sind. Wir haben es nämlich auf meinen schönen Schatz abgesehen. Peppa und ihre Freundin holen den Schatz, ohne erwischt zu werden. Es sind Schokoladenthaler. Alle lieben Schokoladenthaler. Lecker, lecker, lecker. Aha, hab ich dich. Opa Clef ist erwischt worden. Du wolltest mir wohl meinen Schatz klauen, Schurke. Das ist meiner. Ich hab ihn rechtmäßig gestohlen. Oh nein, hast du nicht. Doch, hab ich wohl. Danke, Käpt'n Wuck und Käpt'n Clef, für das schöne Piratenspiel. Oh, bitte, gern geschehen. Oh ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Klausi. Das ist der beste Piratengeburtstag von allen. Harrrr. Ich schütte die Gemüsereste hier oben rein. Und wenn ich hier unten aufmache, kommt wunderbare Erde raus. Die heißt Kompost. Wie funktioniert denn das? Ist das ein Zauberkasten? Ho, ho, nein, Peppa. Ich habe ein paar kleine Freunde und die helfen ihm dabei. Wo denn? Hier drin. Guck mal. Ah, wabbelige Würmer. Wabbel, wabbel. Die Würmer verwandeln all die Gemüsereste zu Kompost. Opa, können wir dir noch mehr wabbelige Würmer für deinen Kompost bringen? Das ist eine gute Idee. Komm, Schorsch. Wir suchen jetzt noch mehr wabbelige Würmer. Ein wabbeliger Wurm. Wabbel, wabbel. Hallo, Wabbelwurm. Hallo, Schwabbelwurm. Du wappelst da rum. Das ist gar nicht dumm. Du, Wabbelwurm. Wabbelwurm. Haha, sehr schön. Sei ein braver, wabbeliger Wurm und verwandle das alles in Kompost. Ho, ho, ho. Dann kann ich jetzt mit dem Kompost einen... Ich weiß, ich weiß. Du pflanzt einen Samen ein, tust ganz viel Kompost drauf und dann wächst daraus ein riesiger Baum. Ho, ho. Ja, Peppa. Ach, da fällt mir ein, wir könnten jetzt alle mal Oma Wutz helfen. Sie sammelt Obst im Obstgarten. Was ist ein Obstgarten? Das ist ein Garten voller Obstbäume. Den gab es schon, als ich ein kleines Schweinchen war. Hallo, Oma Wutz. Oma, los. Wollt ihr mir beim Äpfelsammeln helfen? Ja, Oma. Oh, die Äpfel hängen ja viel zu weit oben. Keine Sorge, Peppa. Oma und Opa haben nämlich einen kleinen Trick fürs Äpfelsammeln. Alle mal herkommen und den Baum gut festhalten. Ich mag es nicht, bergauf zu fahren. Peppa, wir haben gewonnen. Nein, habt ihr nicht, Papa. Ich habe ja diesmal gar nicht mitgemacht. Aber jetzt wieder. Mich kriegt ihr nicht. Haha, du freches kleine Schweinchen. Hallo, Enten. Wir machen einen Fahrradausflug. Hallo, Enten. Ich hatte vergessen, wie sehr ich Fahrradfahren liebe. Oh, ich hatte vergessen, wie sehr ich es hasse, bergauf zu fahren. Das Gelände ist ziemlich steil. Ich mag es nicht, bergauf zu fahren. Aber seht doch mal die schöne Aussicht. Oh, du liebe Güte, ist das anstrengend. Mama Wutz, du trittst ja gar nicht. Oh, entschuldige, Papa Wutz, ich habe die Aussicht genossen. Peppa und ihre Familie sind oben auf dem Hügel angekommen. Alle Freunde von Peppa sind auch da. Hallo, Peppa. Hallo. Wir wollen mit unseren Rädern ein Rennen machen. Peppa, fährst du beim Rennen auch mit? Oh ja, aber nur, wenn wir bergab fahren. Ja, gut. Peppa und ihre Freunde machen ein Wettrennen den Hügel hinab. Seid ihr alle fertig? Fertig. Ich. Ihr fahrt los, wenn ich hiermit hupe. Wie jetzt. Petro ist zu früh losgefahren. Stopp, Petro. Das Rennen hat noch nicht angefangen. Entschuldigung, Herr Wutz. Ich wollte euch doch nur zeigen, wie die Hupe klingt. Nämlich so. Hui. Stopp, stopp. Entschuldige, Petro. Diesmal war es mein Versehen. Wenn ich jetzt das nächste Mal hupe, könnt ihr los. Hat er gesagt los? Ich glaube, ja. Los, 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 los. Wohnt sie denn da drin? Ja, es ist ihr Haus. Schau, sie kommt wieder raus. Da ist sie. Hallo, Frau Schnecke. Opa, hat denn Frau Schnecke auch ein Bett in ihrem Haus? Hoho, nein, Peppa. Wenn ich eine Schnecke wäre, hätte ich ein Bett und einen Tisch und einen Stuhl und einen Kühlschrank und einen Fernseher. Ha, 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 ha. Opa, was mögen Schnecken gern essen? Tja, hauptsächlich essen sie mein schönes Gewüse. Hey, aufhören, du frecher Schlingel. Opa, Schorsch und ich wollen freche Schnecken sein. Hoho, diese Körbe sind euer Schneckenhaus. Genau, jetzt seht ihr wirklich aus wie zwei freche Schnecken. Und am liebsten essen wir Opas ganzen Blattsalat aus. Oh, fort mit euch von meinem zarten Salat, ihr frechen Schnecken. Und wenn Opa mit mir schimpfen will, verkrieche ich mich in mein Schneckenhaus. Ha, 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 ha. Peppas Freunde sind gekommen. Hallo, Opa Butz. Hallo, Luzi. Kommst du zum Spielen und suchst Peppa und Schorsch? Ja. Wenn ich bloß wüsste, wo sie sind. Ich bin allein mit diesen beiden Schnecken hier. Wir sind freche Schnecken. Wir sind freche Schnecken. Überraschung. Wir spielen, wir wären zwei freche Schnecken. Können wir auch Schnecken sein? Ich befürchte, ich habe nicht für jeden von euch einen Korb. Oh. Ihr könntet doch auch etwas anderes sein. Da gibt's viel Spannendes in einem Garten. Eine Karotte? Luisa Löffel mag gern Karotten. Nein, Luisa, keine Karotte. Oh, was riecht hier so? Vielleicht muss Alexanders Windel gewechselt werden. Wow, wie ekelhaft. Peppa, als Baby hast du auch Windeln getragen. Hab ich nicht. Ha, ha, ha. Mama, darf ich mit Peppa und Schorsch im Garten spielen? Ja. Chloe, ist es schön, einen Babybruder zu haben? Ja, Alexander ist sehr süß. Ich wünschte, Schorsch wäre so süß wie ein Babyschweinchen. Ich weiß was. Schorsch spielt unser Babyschweinchen. Er kann in meinen Puppenwagen. Das ist eine gute Idee. Nein. Schorsch möchte nicht das Baby sein. Schorsch, wenn du das Baby spielst, verspreche ich für immer und ewig, zu dir lieb zu sein. Schorsch denkt nach. Und du darfst mit meinen Sachen spielen. Schorsch denkt noch mehr nach. Und wenn wir zu Hause sind, darfst du auch mit meinen Sachen spielen. Schorsch ist einverstanden. Was für ein süßes kleines Babyschweinchen. Da sind Luzi Locke, Molly Mietze, Zoe Zebra und Luisa Löffel. Hallo. Was macht Schorsch denn im Puppenwagen? Das ist nicht Schorsch. Das ist ein Babyschweinchen. Es ist wohl Schorsch. Schorsch spielt nur unser Babyschweinchen. Ah. Ist es ein Mädchen oder ein Junge? Er ist ein Mädchen. Nein. Schorsch möchte kein Mädchen sein. Na gut, es ist ein Junge. Ich habe hier Kekse. Möchte das Babyschweinchen auch einen? Oh nein. Er darf keine Kekse. Schorsch liebt Kekse. Vielleicht bekommt er einen Keks. Oh, es ist ja so klug. Und noch so hübsch dazu. Du hast auch ein Babyfahrrad, Peppa. Du brauchst ja noch Stützräder. Ich kann schon ohne Stützräder fahren. Nee, ich auch. Und ich. Wer als erstes da oben ist? Kommst du mit, Peppa? Nö, ich bleibe lieber hier. Bis später dann. Ja. Peppa würde am liebsten ohne Stützräder fahren. Papa, ich will meine Stützräder nicht mehr haben. Kannst du denn ohne sie fahren? Ja. Na gut, Peppa. Ich mache sie ab. Und schon hat Peppas Fahrrad keine Stützräder mehr. Sag mal, willst du wirklich ohne die Stützräder fahren? Ja. Kannst du das denn schon? Jawohl, ich kriege das ganz bestimmt hin. Das ist nicht witzig. Es ist ganz schön schwierig, ohne Stützräder zu fahren. Brauchst du Hilfe, Peppa? Au ja, Papa. Okay. Achtung. Fertig. Los. Lass nicht los, Papa. Keine Sorge. Ich hab dich. Du bist schon richtig gut, Peppa. Halt fest, Papa. Weiter strampeln. Peppa fährt ganz allein, ohne Stützräder. Papa, wo warst du denn? Du kannst ja schon ganz gut alleine fahren. Ehrlich? Ja, du bist richtig gut darin, Peppa. Wirklich? Oh, ich kann's, jippie. Alle mal hergucken. Ich kann jetzt ganz alleine Fahrrad fahren. Klausi, Luzi, Luisa, schaut mal. Ich bin jetzt auch endlich meine Stützräder los. Könnt ihr es sehen? Hurra. Hurra. Schaut mal. Der Wind ist endlich da. Jetzt kann der Drachen fliegen. Der Wind wird immer stärker. Der Wind wählt jetzt wirklich sehr stark. Schorsch. Peppa. Danke, Papa. Jetzt ist Papa Putz dran. Hurra. Höra, höra. Papa Putz ist sehr gut im Drachen steigen lassen. Boah. Ja, ich bin nämlich Drachenfachmann. Pass lieber auf die Bäume auf. Der Drachen könnte sich verfangen. Keine Sorge, ich weiß, was ich tue. Oh je, der Drachen hängt im Baum fest. Oho. Oho. Keine Sorge, Schorsch. Papa holt den Drachen wieder runter. Hurra. Hurra. Ähm, ja. Vorsicht, da ist eine Matschepfütze. Peppa und Schorsch hüpfen gern im Matsch herum. Können wir da reinhüpfen? Ja. Nein, dann seid ihr gleich ganz dreckig. Oh. Abstand halten, bitte. Bitte sei vorsichtig, Papa Wutz. Ich weiß schon, was ich tue. Sei vorsichtig. Nur noch ein bisschen weiter, Papa. Schorsch will als erster in die große Pfütze springen. Halt, Schorsch. Vielleicht ist sie ja zu tief für dich. Gut, sie ist nicht zu tief für dich. Ach, Schorsch. Es ist nur Schlamm. Peppa und Schorsch mögen Matschepfützen so gern. Komm mit, Schorsch. Wir zeigen Papa, wie wir aussehen. Oh, lieber Himmel. Papa, Papa, rat mal, was wir gemacht haben. Lass mich überlegen. Habt ihr Fernsehen geschaut? Nein, nein, Papa. Habt ihr etwa gebadet? Nein, nein. Ah, ich weiß. Ihr springt durch die Matschepfütze. Ja, ja, Papa. Wir springen durch die Matschepfütze. Ho, ho, schaut mal, wie ihr ausseht. Oh. Nicht schlimm. Ist ja nur Matsch. Wir machen es schnell weg, bevor Mami euch sieht. Papa, wenn wir sauber sind, gehst du und Mama dann mit uns nach draußen? Ja, wir spielen alle im Garten. Pfeffer und Schorsch tragen Gummistiefel. Mama und Papa tragen auch Gummistiefel. Pfeffer und Schorsch lieben Matschepfützen. Alle lieben Matschepfützen. Ah, aber wenn Linus mitkommt, dann können wir uns nicht so schnell drehen. Linus kann ja mit Schorsch spielen. Linus, möchtest du mit Schorsch spielen? Nein. Schorsch hat einen Dinosaurier, genau wie du. Lass uns mal sehen. Linus' Löffel ist genauso alt wie Schorsch. Linus möchte deinen Saurier mal anschauen. Schorsch, gibst du Linus mal deinen Dinosaurier? Nein. Linus, gibst du Schorsch mal deinen Dinosaurier? Nein. Schorsch und Linus wollen ihre Dinosaurier nicht teilen. Schorsch, es macht viel mehr Spaß, wenn du teilst. Das war wirklich nett von Schorsch. Schorsch. Ja. Schorsch teilt nicht gerne. Linus, gib Schorsch jetzt mal die Dinosaurier. Linus teilt auch nicht gerne. Was soll denn dieser Radau? Schorsch und Linus weinen eben immer, wenn sie zusammen sind. Sie sind noch zu klein, um richtig zu spielen. Könnt ihr zwei großen Mädchen den beiden das zeigen? Na klar, wir zeigen ihnen, wie man Sandkuchen backt. Gute Idee. Gehen wir zum Sandkasten. Schorsch und Linus lieben den Sandkasten. Schorsch, Linus, heute backen wir also Sandkuchen. Zuerst füllen wir die Eimer mit Sand. Dann drehen wir die Eimer um und klopfen ein bisschen drauf. Und dann heben wir die Eimer hoch. Pokus, Pokus. Linus hat einen Sandkuchen gebacken. Pokus, Pokus. Und Schorsch hat auch einen Sandkuchen gebacken. Vielleicht treibt es Peppa ein bisschen zu arg mit Schorsch. Peppa, hast du Schorsch geärgert? Nicht in echt, Mama. Ich bringe ihm nur bei, wie man fängt. Wirklich? Gut, ich kenne ein Spiel, bei dem man fangen lernen kann. Schweinchen in der Mitte. Peppa, du nimmst den Ball und gehst darüber. Und du, Schorsch, stellst dich hier hin. Gut, ihr müsst jetzt den Ball einander zuwerfen. Und ich versuche ihn zu fangen. Ich bin das Schweinchen in der Mitte. Mami, ist das Schweinchen in der Mitte. Fang, Schorsch. Oh, verpasst. Schorsch hat den Ball gefangen. Hurra! Prima, Schorsch. Nun wirf mal den Ball zu Peppa. Ups, nochmal. Oh, nochmal. Schorsch kann den Ball nicht an Mama Wutz vorbei werfen. Komm schon, Schorsch. Wirf den Ball zu mir. Hup! Tumma, Schorsch. Das kann ich doch auch. Peppa möchte das auch mal ausprobieren. Aber sie ist zu groß und bleibt stecken. Ich hab den Ball. Peppa ist nun das Schweinchen in der Mitte. Schorsch, fang! Hurra! Hab ihn! Schorsch, du bist das Schweinchen. Schorsch, fang! Fang den Ball, Schorsch! Fang, Schorsch! Und im Apfel sind noch mehr Samen drin. Für noch mehr Apfelbäume. Ganz genau. Opa, Opa! Ich will auch was pflanzen. Wie wäre es denn mit einem Erdbeersamen? Ja, fein! Aus diesem Samenkorn wird eines Tages eine schöne Erdbeerpflanze. Zuerst gräbst du ein Loch. Dann decke ich den Samen rein und decke Erde drauf. Soll ich ihn für dich gießen? Nein, nein. Ich will es machen. Gut. Und nun brauchen wir etwas Geduld. Peppa und Schorsch wollen warten, bis der Samen sprießt. Es passiert überhaupt nichts. Du wirst mehr Geduld haben müssen, Peppa. Das dauert sehr lange, bis etwas wächst. Peppa, Schorsch, wir fahren nach Hause. Aber wir warten doch, bis meine Erdbeere herauskommt. Ich wollte doch Erdbeeren. Jetzt! Keine Sorge, Peppa. Beim nächsten Besuch wird das Pflänzchen etwas gewachsen sein. Und dann essen wir Erdbeeren. Genau. Komm schon, Peppa. Bis bald, Opa. Bis bald, Erdbeeren. Bis bald, Erdbeeren. Opa Wutz sorgt für Peppas Erdbeerpflanze. Nach einiger Zeit entdeckt Opa Wutz die ersten Blättchen. Tag für Tag wird die Pflanze größer und größer. Bis Opa Wutz eines Tages eine Entdeckung macht. Erdbeeren. Das war wirklich schnell. Peppa liebt ihr Segelboot. Da ist Peppas Freundin, Luzi Locke. Hallo zusammen. Hallo Luzi. Wir spielen mit unseren Booten. Ich habe ein Rennboot. Ist das zum Aufziehen? Nein, es hat Batterien. Luzis Rennboot hat Batterien, die es antreiben. Oh. Was für ein großartiges Rennboot. Entschuldigung, Frau Ente. Da kommt Klausi Kleff mit Opa Kleff. Hallo zusammen. Hallo Klausi. Mein Opa hat mir einen Schaufelraddampfer gebaut. Oh. Ich muss sagen, das ist beeindruckend. Wie funktioniert das? Es hat eine Dampfmaschine. Ich muss nur diesen kleinen Hebel umlegen. Oh. Was für ein fantastischer Schaufelraddampfer. Squeak, squeak. Da kommt Luisa Löffel mit ihrer Mutter. Hallo zusammen. Hallo Luisa. Wir spielen mit unseren Booten. Ich hätte auch gerne ein Boot. Luisa Löffel hat kein Boot. Ich habe eine Idee. Zum Glück habe ich eine Zeitung dabei. Mir reicht eine einzige Seite. Welche brauche ich denn nicht? Nachrichten? Sport? Ah, Mode. Nicht die Modeseite. Na gut, ich nehme die Wirtschaftsseite. Als ich ein kleines Schweinchen war, habe ich immer Zeitungen gefaltet. Und zwar so. Was macht Papa Wutz denn da? Ein Papierschiffchen. Papa Wutz hat ein Papierschiffchen gefaltet. Danke, Papa Wutz. Ich bin in meinem Baumhaus. Schorsch, möchtest du Pepper im Baumhaus besuchen? Ja, wer ist da? Ein Schweinchen namens Schorsch möchte dich besuchen. Kann er reinkommen? Aber nur ohne seine Gummistiefel. Schorsch, zieh deine Schuhe aus. Dann kannst du zu Pepper ins Baumhaus. Wer ist da? Schorsch? Ja, wer ist da? Hier ist Mama Wutz. Habt ihr noch ein Plätzchen für mich? Hm, du musst die geheimen Geheimworte sagen. Dann kannst du zu uns ins Haus. Aber wie lauten die geheimen Geheimworte? Ich muss sie dir ins Ohr flüstern. Die geheimen Geheimworte sind Papas großer Dickbauch. Aha. Sag die geheimen Worte. Papas großer Dickbauch. Genau, Papas großer Dickbauch. Ich finde, das sind blöde, geheime Geheimworte. Mama, bevor du ins Haus darfst, musst du deine Gummistiefel ausziehen. Natürlich. Papa, komm doch auch zu uns. Sag die Geheimworte. Ja, aber kann ich vielleicht andere Geheimworte haben? Nein. Oh, äh, na gut. Papas großer Dickbauch. Das war richtig. Du kannst reinkommen, Papa. Zieh deine Schuhe aus. Ich glaube, ich passe nicht durch die Tür. Das liegt daran, dass dein Bauch zu dick ist. Blase. Schorsch, jetzt bist du dran. Steck den Stiel in die Seife. Halt ihn hoch. Hol Tiefluft. Und puste. Schorsch versucht sein Bestes, bis er ganz aus der Puste ist. Schorsch, du hast nicht doll genug gepustet. Ich weiß, wie Schorsch Seifenblasen machen kann. Steck den Stiel in die Seife, halt ihn hoch und schwenk ihn dann herum. Blasen. Es geht noch besser, wenn man damit rennt. Warte auf mich. Schorsch macht es Spaß, Blasen zu machen. Und Peppa macht es Spaß, sie platzen zu lassen. Ja, Seifenblasen. Oh je, die Seifenblasen sind alle. Papa, Mama. Die Seifenblasen sind alle. Keine Sorge, Peppa. Ich habe eine Idee. Mama Wutz, hol mir bitte einen Eimer. Ja, Papa Wutz. Peppa, hol mir etwas Seife. Ja, Papa Wutz. Und Schorsch, hol du mir den alten Tennisschläger. Ein Eimer, etwas Seife, ein Tennisschläger? Was hat Papa Wutz damit vor? Erst brauche ich Wasser. Dann die Seife. Und jetzt bitte den Tennisschläger. Vielen Dank. Und jetzt zieht mal her. Peppa, du weißt doch, dass Schorsch davor Angst hat. Entschuldigung, Schorsch. Wir gehen aufs Klettergerüst. Hallo, Luzi. Hallo, Klausi. Hallo, Peppa. Hui. Hui. Ihr schaukelt alle falsch. Seht her, so schwingt man nämlich richtig rüber. Bahn frei. Achtung, fertig, los. Hui. Guckt alle her. Ich fliege wie ein Vogel. Oh, ich komme hier nicht raus. Peppa steckt im Reifen fest. Das ist nicht witzig. Ein bisschen witzig sieht es schon aus. Wir holen dich da raus. Peppas Freunde helfen alle mit. Hurra. Danke alle miteinander. Schorsch, möchtest du auch auf das Klettergerüst? Das Klettergerüst ist sehr hoch. Schorsch ist nicht gern so hoch oben. Entschuldige, Schorsch. Komm, wir gehen auf die Rutsche. Komm, wir gehen auf die Rutsche. Ja, die Rutsche. Jippie. Peppa liebt die Rutsche. Alle lieben die Rutsche. Mama, Papa, guckt mal her. Achtung, fertig, los. Hui. 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 Schorsch möchte auch mal rutschen. Bist du sicher, Schorsch? Das ist aber hoch. Hui. Aber später werde ich Sport treiben, auch wenn keiner mitmacht. Essen. Gute Idee, Mama Fritz. Ich bin sehr hungrig. Kastlig. Oh. Bin ich jetzt müde. Aber wolltest du nicht Sport treiben, Papa Wutz? Später. Da, da ist ein Ententeich. Ha, ha, ha. Mama, kann ich die Enten füttern? Ja, ihr könnt ihnen die Brotreste geben. Peppa und Schorsch verfüttern ihr ganzes Brot. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Mama, ich glaube, sie wollen noch mehr. Aber das Brot ist alle. Ich glaube, sie sind jetzt satt. Tut mir leid, Frau Ente. Ich hab nichts mehr. Ha, ha. Damit geben sich die Enten aber nicht zufrieden. So viel zu Papa Wutz und den Sportübungen. Hä? Was? Ha, 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 ha. Ihr schon wieder. Ihr habt's doch gehört. Es gibt kein Brot mehr. Ha, ha. Mama, es gibt doch noch Erdbeertorte. Na, wenn davon etwas übrig bleibt, kriegen es die Enten. Alle haben Heißhunger auf den Erdbeerkuchen von Mama Wutz. Ihh, eine Wespe. Ich hasse Wespen. Riecht dich nicht auf, Mama Wutz. Ist ja nur eine kleine Wespe. Geh weg, du Wespe. Jetzt halt still, Mama Wutz. Dann fliegt sie weg. Siehst du? Man muss nur stillhalten. Äh, geh weg. Hau ab. Hey. Hilfe. Oh. Oh je. Schorsch hat vergessen, die Tür zu schließen. Ah. Ah. Eiscreme. Eiscreme. Es ist Frau Mümmel, die Eisverkäuferin. Hallo, Mama Wutz. Hallo, Frau Mümmel. Viermal Eiscreme, bitte. Dankeschön, Frau Mümmel. Schorsch, du hast vergessen, die Tür zuzumachen. Wenn Polly jetzt weggeflogen ist. Nur die Ruhe, Peppa. Wahrscheinlich ist Polly noch immer drinnen. Polly ist wirklich verschwunden. Oh. Polly ist weggeflogen. Bestimmt sind Oma und Opa jetzt ganz traurig. Vielleicht suchen wir erst einmal im Garten. Guckt mal, was ist das? Was hat Mama Wutz im Garten entdeckt? Ah. Es ist Polly. Hurra. Ah. Aber Papa, wie sollen wir denn jetzt Polly vom Baum herunterholen? Ah. Keine Sorge, Peppa. Ich werde Polly retten. Komm her, Polly. Ah. Magst du eine Tasse Tee? Ah. Oh nein, Polly ist noch höher hinaufgeflogen. Oh je. Sei vorsichtig, Papa. Sonst fällst du noch vom Baum, wie du es jedes Mal machst. Keine Angst, Peppa. Ich werde mir Mühe geben. Komm her, Polly. Ah. Vogelfutter. Wohin Schorsch wohl geht? Schorsch hat Pollys Vogelfutter geholt. Polly ist ganz verrückt danach. Ah. 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 Schorsch hat Polly vom Baum heruntergelockt. Hurra. Was ist das für ein Geräusch? Das Handy von Papa Wutz klingelt. Was? Ah. Ah. Er sieht so hübsch aus. Ich wäre gern ein Schmetterling. Heppa tut so, als sei sie ein Schmetterling. Ich bin ein Schmetterling. Schorsch wäre auch gern ein Schmetterling. Schorsch, ich bin der Schmetterling. Du musst ein anderes Tier sein. Ich weiß. Du kannst ein Ringelwurm sein. Schaut her. Ich bin ein Schmetterling. Oh je. Schorsch hat keine Lust, ein Ringelwurm zu sein. Er wäre lieber ein Schmetterling. Ach. Als ich ein kleines Ferkel war, habe ich mir oft vorgestellt, ich sei ein Wurm. Wurmspielen ist ganz leicht. Ich zeig's dir mal. Erst musst du dich mal hinlegen, so auf den Boden. Dann ringelst du dich so. Hahaha. Ich bin ein Ringelwurm. Es macht viel mehr Spaß, Ringelwurm zu spielen, als Schorsch dachte. Ich bin ein kleiner Schmetterling. Ich bin ein kleiner Schmetterling. Brrrr. Hahaha. Ho, 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 ho. Schaut mal, ich bin ein Schmetterling. Ja, Peppa. Und du bist ein sehr schöner Schmetterling. Ho, 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 ho. Opa, Schorsch, was macht ihr da? Wir sind Ringelwürmer. Ho, ho, ho. Ich wäre wohl jetzt auch ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Brrr, brrr. Ho, ho, ho. Ich bin ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Mir geht es gut. Das ist so gut. Ich bin ein Ringelwurm. Brrr. Der Plan sieht kompliziert aus. Papa, hilfst du mir? Na klar, Peppa. Ich bin sehr gut in sowas. Äh, er ist wirklich kompliziert. Papa Wutz, du hältst doch den Plan verkehrt rum. Ja, dachte ich mir schon. Ist doch ganz leicht. Der Schatz liegt da, wo das Rote Kreuz ist. Aber wo stehen denn bloß die beiden Apfelbäume? Hm, keine Ahnung. Wollt ihr einen Tipp? Ja, bitte. Der erste Brief ist in einer Flasche. Aber wo ist die Flasche? Ich kann sie sehen. Peppa hat den ersten Hinweis entdeckt. Eine Flaschenpost. Kommt alle her. Hier ist die Flasche. Sehr gut, Peppa. Lass sehen, was hier drauf steht. Oh, der Brief stammt von einem Piraten. Mama, kannst du den Piratenbrief lesen? Hm, der Pirat schreibt aber sehr unleserlich. Der Pirat hat eine schöne Handschrift. Ich kann's jedenfalls nicht lesen. Da steht deutlich geschrieben, folge den Pfeilen. Folge den Pfeilen? Schorsch hat den zweiten Hinweis gefunden. Pfeile aus Stöcken gelegt. Guck, sie zeigen da lang. Peppa und Schorsch folgen den Pfeilen. Guck, Schorsch, ein Schlüssel. Peppa hat den nächsten Hinweis gefunden. Einen Schlüssel. Fein gemacht, Peppa. Jetzt müsst ihr die Schatzkiste finden, die dazu gehört. Aber ich weiß doch nicht, wo. Schau doch mal auf die Schatzkarte. Guck mal, Peppa, hier sind zwei Apfelbäume dargestellt. Hier ist ein Apfelbaum. Und da ist noch ein Apfelbaum. Hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Dann bis später. Wollen wir jetzt was spielen? Ja, wir spielen Fangen. Peppa spielt gerne Fangen. Spielt ihr noch Fangen? Das ist doch ein Spiel für Babys. Ähm, wir spielen es noch, weil Schorsch es so gerne mag. Okay, spielen wir es für Schorsch. Spielst du nach echten Regeln oder nach Baby-Regeln? Echten Regeln. Los geht's. Peppa, du bist. Fang mich doch. Peppa ist dran. Sie muss Chloe und Schorsch fangen. Kriegst mich nicht. Schorsch, ich kann dich ganz leicht fangen. Du bist ja so klein. Das ist gemein. Du hilfst ja dem Schorsch. Weil er noch zu klein ist. Du bist doch groß. Nein. Ja, bin ich auch. Ich bin genauso groß wie du. Dann komm schon, Peppa. Komm und fang uns doch. Kriegst du uns nicht. Kriegst du uns ja gar nicht. Das macht keinen Spaß. Ich will was für Große. Okay, ich weiß ein gutes Spiel für große Kinder. Es heißt Schlauer Fuchs. Schlauer Fuchs. Als Fuchs bin ich ganz toll. Wie geht das? Einer von uns ist der schlaue Fuchs. Und die anderen schleichen sich an. Ich, ich. Ich bin der schlaue Fuchs. Peppa ist der schlaue Fuchs. Solange sie wegschaut, schleichen sich die anderen an. Dreht sie sich um und einer bewegt sich noch, muss der zurück zum Start. Schorsch, du musst zurück. Du hast dich bewegt. Hab dich. Gewonnen. Ich war noch gar nicht so weit. Man darf aber losgehen, wann man will. Oder, Schorsch? Jetzt ist Chloe der schlaue Fuchs. Peppa und Schorsch müssen ganz still stehen. Mach doch nicht, Schorsch. Willst du mit Peppa vielleicht im Meer planschen? Ja, Papa, bitte. Zieht erst eure Schwimmflügel an. Das war's schon. Du siehst sehr schick aus mit Schwimmflügeln, Schorsch. Und jetzt komme ich dran. Jetzt geht's ab ins Wasser. Hurra! Ist das Wasser kalt? Es ist herrlich und warm. Du hast angefangen, Papa Wutz. Ups. Ich glaube, wir haben genug gespritzt. Hui! Papa, ich liebe den Strand. Peppa und Schorsch lieben den Strand. Alle lieben den Strand. Peppa, Schorsch, wollt ihr mal mit euren Eimern und Schaufeln spielen? Oh ja, Mama. Papa, Papa, dürfen wir dich im Sand verbuddeln? Tja, äh... Bitte, Papi. Oh, na gut. Yippie! Peppa und Schorsch verbuddeln Papa Wutz im Sand. Halt, halt! So. Jetzt kannst du nicht mehr weg. Mein Kopf wird ein wenig heiß. Bekomme ich meinen Strohhut? Ähm, wenn du schön bitte sagst. Bitte? Bekomme ich meinen Strohhut? Ja, bekommst du, Papa. Das ist fein. Yippie! Peppa und Schorsch helfen Papa Wutz beim Holz sammeln. Schorsch, ich heb die Stöcke auf und du trägst sie dann. Stöcke sammeln macht Spaß. Gut, das ist genug. Das wird ein Prachtfeuer. Ich zünde es an. Ich habe Streichhölzer. Hoho, so was brauche ich nicht. Papa, wie machst du das denn ohne Streichhölzer? Ich mache es genauso wie früher. Man muss nur zwei Hölzer aneinander reiben. Papa Wutz reibt die beiden Stöcke ziemlich lange aneinander. Wann kommt denn das Feuer? Sofort. Hurra! Baby-Eier-Leicht. Jetzt mache ich die Tomatensuppe heiß. Ah, lauscht nur der Stille der Nacht. Ich habe da was gehört. Das war das Zirpen einer Grille. Und was ist das? Eine Eule. Guck, da ist sie. Und wer macht so? Oh, merkwürdig. Das ist Papas Bauch. Mein Bauchkrummeln gehört zu den besten Klängen der Natur. Es bedeutet Essen. Ich mag Tomatensuppe. Und ich jetzt. Ich höre noch einen von Papas Klängen der Natur. Äh, was? Los, ihr Lieben. Ab ins Zelt. Schlafenszeit. Wir passen nicht alle rein. Das Zelt ist viel zu klein. Das passt schon. Schnell hinein. Mach etwas Platz, Mama Wurz. Papa. Mach nicht so ein Theater. Ja, wir müssen uns alle eincremen. Oh. Hihihihi. Los, komm, Schorsch. Pumpen wir Luft ins Planschbecken. Papa Wurz pumpt Luft ins Planschbecken. Baby-Eier-Leicht. Pepper hält den Schlauch und Mama Wurz dreht den Hahn auf. Wo bleibt das Wasser? Waaah. Im Planschbecken ist es einfach herrlich. Eiscreme, Eiscreme. Frau Mümmel, die Eiscreme-Frau. Eiscreme. An sehr heißen Tagen verkauft Frau Mümmel Eiscreme. Mama, Papa, kriegen Schorsch und ich ein Eis? Na klar, schließlich ist heute ein besonders heißer Tag. Hurra. Bringt ihr mir auch ein Eis mit? Alle mögen Eiscreme. Hallo Mama Wurz, Pepper und Schorsch. Hallo Frau Mümmel. Was hättet ihr denn gerne? Kann ich bitte ein Hörnchen-Eis haben? Aber natürlich, Pepper. Danke. Dasselbe für mich und für Papa Wurz, bitte. Und was darf es für den kleinen Schorsch sein? Sousia. Einen Saurier? Dummer Schorsch. Sousia ist das einzige Wort, das Schorsch sagen kann. Tja, zufälligerweise habe ich gerade ein Saurier-Eis für dich dabei. Sousia. Rrrr. Rrrr. Sousia. Rrrr. 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 Pfffff. Rrrr. weighed auchalta. Untertitelung des ZDF, 2020